Was ist der Schritt 1? Also die Ausgangslage ist erstmal, dass, ich meine manche von euch sind vielleicht noch in der glücklichen Situation, ihr zahlt gar keinen Strom selber, super Sache, oder? Genießt es, solange ihr könnt. Und dann irgendwann in der ersten eigenen Wohnung oder wann auch immer, dass ihr anfangt Strom zu zahlen, kriegt ihr typischerweise so jährliche Stromrechnungen. Die sieht dann vielleicht so aus wie die hier und da steht dann einfach so eine gelieferte Menge an Kilowattstunden und die ist dann entweder niedriger oder höher als meine, ist auch ganz egal. Freundlicherweise zeigt also der Stromanbieter, bei dem ich bin, sogar noch die Veränderung im Energieverbrauch an, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nehme ich an. Das ist ja schon mal ein guter Hint, aber mir ging das irgendwie nicht weit genug. Also wenn ich wissen möchte, wo geht eigentlich der ganze Strom hin und wo kann man eigentlich noch was einsparen, dann ist ein Feedbackzyklus von mach irgendwas, warte ein Jahr und schau auf die Rechnung. Und dann vergleicht die Rechnung mit den alten Rechnungen, die du bestimmt alle aufgehoben hast, vielleicht nicht der beste Feedbackzyklus. Dann dachte ich, naja, also das geht bestimmt auch genauer oder ich schreibe denen einfach mal. Die haben bestimmt ein total cooles Portal, was ich einfach noch nicht kenne, wo bestimmt so ein Live-Grafis, der dann so hoch und runter geht oder zumindest genauere Verbrauchsdaten. Weil irgendwann ist mir aufgefallen, so hey, diese Rechnungen, die ich da im sogenannten Electronic-Bill-Verfahren bekomme, die sind nur 180 Tage bei meinem Bankpostfach und dann sind die weg. Und ich habe es blöderweise verpennt, mir die alten Rechnungen zu holen. Und dann habe ich also nachgefragt und dann dachte ich so, hey, vielleicht ist das Problem gleich gelöst und einen Monat später haben sie mir dann das zugeschickt. Und wer jetzt genau hinschaut, der erkennt, ach, das ist wieder diese Kilowattstunden Verbrauchszahl pro Jahr. Diesmal gerade noch so aufgeschlüsselt in Menge Haupttarif und Nebentarif, das steht aber auch auf der Rechnung eigentlich schon drauf. Aber hier ist es immerhin tabellarisch, super, okay. Und übersichtlich, naja, einigermaßen. Aber wer jetzt dann ganz genau schaut, 2020 bis 2017, da sind ja die alten Verbrauchstaten auch gar nicht dabei, weil in die Wohnung bin ich eingezogen, 2013. Also weiß ich immer noch nicht so genau, okay, was ist jetzt eigentlich Sache. Vor allem ist es auch nicht live. Die Lösung ist also natürlich folgende. Ihr nehmt euren ganz normalen Sicherungskasten, hier Beispiel mein Sicherungskasten, und aktiviert die Glow-in-the-Dark-Funktion. Bedeutet, hier ganz rechts baut ihr so ein schön leuchtendes Energiemessgerät ein. Und dann könnt ihr euch immer freuen, wenn ihr nachts im Gang steht, weil dann leuchtet der Sicherungskasten so grünlich. Sieht ziemlich cool aus. Was genau ist das? Das ist ein Energiemessgerät, in diesem Fall von Shelly. Shelly ist so ein, ich glaube, bulgarischer Hersteller, der ganz viele so IoT-Devices macht, die DIY-freundlich sind. Also ihr könnt dann mit denen einfach basteln. Deswegen finde ich einige Geräte von Shelly ziemlich cool. Manche nicht ganz so, aber das könnt ihr in meinem Blog genauer nachlesen oder mich fragen. Aber was jedenfalls hier passiert ist, man sieht hier so auf ganz rechts auf dieser Schiene ist montiert zusätzlich das Shelly-Gerät. Und das hat dann hier so diese drei Wandler. Und diese Wandler werden also übergestülpt über die verschiedenen Stromphasen, die in eure Wohnung reinkommen. In diesem Bild sieht man jetzt zum Beispiel diese drei Messwandler, die über drei Phasen gehen. Bei mir in der Wohnung gibt es nur zwei Phasen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schlimm ist, aber also alles scheint zu gehen. Das lässt ihr machen und dann, also am besten von einem Elektriker, außer ihr seid selber Elektriker per Zufall, aber sonst bitte von einem Elektriker. Und dann könnt ihr dieses Shelly-Messgerät in ein MQTT-Setup einbinden mit der Standard-Firmware. Also ihr müsst da gar nichts basteln oder so. Das ist einfach ein Feature, was die von Haus aus haben. Und das ist natürlich super für Bastler wie uns. In meinem konkreten Fall habe ich mir dann also so einen Raspberry Pi genommen und habe dort einen MQTT-Server installiert. Und dann habe ich einen ganz kleinen Adapter für Prometheus geschrieben. Also einen Adapter, der quasi die Messwerte von MQTT bezieht. und für Prometheus zur Verfügung stellt. Prometheus ist so ein Monitoring-System. Der Adapter ist auch wirklich nur zehn Zeilen. Das ist wirklich sehr einfach. Und dann benutze ich Grafana zur Auswertung der Daten, die in meinem Prometheus-Setup gespeichert sind. Ihr müsst das jetzt auch gar nicht alles on detail verstehen. Das Wichtige ist, hinterher hat man so einen Graph. Und das ist jetzt also die Auswertung mit Grafana. Und das war also mein erster Versuch. Das war so der erste Graph, den ich mir gebaut hatte. Ich habe mir angeschaut, was kommen da für Messwerte raus. Und die spannendste Zahl, fand ich eigentlich, sind die Meter-Power-Watts. Also wie viel Watt denn gerade im Moment verbraucht werden. Es gibt auch noch so einen Zähler, der einfach kontinuierlich hochläuft, sodass auch ohne, dass man ständig abfragt oder mitmisst, dass man auch korrekte Verbrauchsdaten über eine längere Zeit sehen kann. Und dann gibt es noch so ein paar andere Werte, deren Nützlichkeit sich mir nicht so ganz erschließt. Zum Beispiel so die aktuelle Frequenz vom Strom. Ich meine, ja, die schwankt dann immer so ein bisschen. Und ich schätze, wenn es mal irgendwie einen katastrophalen Zusammenbruch des Stromnetzes in Europa gäbe, dann würde man da einen ganz spektakulären Abfall oder Anstieg oder beides oder was auch immer sehen. Aber wozu man den sonst so analysiert, zumindest in meinem privaten Verbrauch, keine Ahnung. Naja, jedenfalls sieht man hier also so Stromverbrauch. Und jetzt die Quizfrage, das ist der Stromverbrauch von mir gestern Abend. Was sind die Ausschläge? Irgendwelche Ideen? Waschmaschine, gute Idee, ja. Ist es nicht ganz, aber fast? Dann ist es der Geschirrspüler, genau. Also da sieht man also 21.45 Uhr oder so, fällt mir ein, verdammt, ich fahre morgen zum Chaos-Treff und es ist mutziges Geschirr im Geschirrspüler, noch schnell einschalten. Der verhält sich dann so, der muss natürlich erstmal Wasser aufheizen, das ist der erste Spike, den man sieht, dann macht er irgendwie seinen Vorlaufwaschgang, dann kommt nochmal ein Spike, dann passiert der Hauptwaschgang, I guess, oder erst am Ende, oder am Ende wäscht er nochmal irgendwie Druck, ja, wie auch immer. Ist auch gar nicht so genau wichtig, aber man sieht so Ausschläge. Das Trocknen, meinst du, der macht Lufttrocknen? Ich glaube nicht. Naja, anyway, also das ist so quasi der erste Versuch gewesen, oder das ist so das Level an Insight, was man da bekommt mit diesem einen Graph. Dann, ein bisschen nützlicher ist vielleicht die Anzahl an Kilowattstunden pro Tag. Man sieht im Titel, leider ist es irgendwie off by one, weil alles kompliziert mit der Query API und so weiter, aber ist auch ganz egal eigentlich, solange man halt einen Trend ablesen kann. Und jetzt sieht man da so, okay, 9,x Kilowattstunden, und dann geht es irgendwie runter auf 5. Was ist der Grund dafür? Ideen? AC. AC, okay, gute Ideen, nein? Wochenende der Woche sind wir irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Tage mit weniger Verbrauch und dann die Wochenenden, wo du zu Hause bist, Ja, 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 ja. Waschmaschine hängt nicht an diesem Strommessgerät. Genau, also, ja, das war schon fast richtig. Ich war letzte Woche in München und ich bin einfach nicht zu Hause in den 5,x Kilowattstunden. Das heißt aber auch, da sieht man dann sofort den Grundverbrauch, oder? Also, wenn ich nicht zu Hause bin und trotzdem den ganzen Strom verbrauche, dann ist das auch schon mal eine wertvolle Information. So, dann, auch interessant, schaut man doch mal einfach auf die Nacht, oder? Also, man nimmt den Graph, den ich vorhin gezeigt habe, und ändert einfach mal die Date Range. Da sieht man wieder so Zeug. Was ist das? Wer weiß es? Kühlschrank mit dem Wärter. Kühlschrank, ja, so ist es. Mit dem Wärter, das ist dann abfallende Kurve, sonst wäre es dann eckig. Ah, okay. Dann kann es dann die Drehzahl reduziert vom Kompressor, wenn er sich an Ziel ernährt. Ja, ja, gutes Detail, schön, ja. Genau. Genau, also man sieht immer, der Kühlschrank dreht immer so eine halbe Stunde auf, und dann ist er wieder eine Stunde still, und dann wiederholt sich das ganze Ding. Genau, und dann kann man aber sonst auch hier noch schauen, okay, 140 Watt ist so der Grundverbrauch sogar in der Nacht. Auch vielleicht schon mal ein interessantes Ding. Dann kann man auch folgendes Spiel machen. Dann kann man sagen, okay, turn everything off and on again, aber langsam. Man kann dann also den EM3 auslesen und einfach mal wirklich alles abschalten, alle Sicherungen raus. Ich habe dann festgestellt, okay, nicht alle die Sicherungen, an der der EM3 angeschlossen ist, muss man schon noch drin lassen, sonst geht es nicht. Das andere Problem ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Wenn man wirklich alles ausschaltet, dann läuft auch das WLAN nicht mehr, und dann kann man auch das Messgerät nicht mehr ansteuern, und wie macht man es? Was mir dann gekommen ist, ich hatte mir vor einer Weile so einen mobilen WiFi-Access-Point geholt, aus anderen Gründen. Der ist batteriebetrieben, das heißt, ich habe einfach meinen WiFi quasi ausgeschaltet und dem Mobile-Access-Point gesagt, die SSID ist jetzt meine normale SSID. Das Strommessgerät verbindet sich dann mit dem, und dann nimmt man einfach einen Laptop, das ist ja auch batteriebetrieben, und dann, so kann man es also machen. Dann, okay, alles klar, alle Geräte von allen Steckdosen trennen, alle Sicherungen raus, wie gesagt, außer die Sicherung, an der das Messgerät hängt, und dann strategische Geräte früh wieder einschalten. Mir ist dann nämlich aufgefallen, die Philips Hue Smart Lights, wenn man da also den Strom wegnehmt und wieder einschaltet, dann gehen sie erstmal an. Aber dann kann man sie ja nicht ausschalten, bevor man nicht die Sicherung wieder eingeschaltet hat, an der das Gateway hängt, mit der man die Lampen kontrolliert. Also so gibt es dann so ein bisschen zirkuläre Dependencies. Man muss sich auch so ein bisschen überlegen, so, okay, wenn ich die alle ausschalte, welche schalte ich dann in welcher Reihenfolge wieder an, und was will ich eigentlich messen? Aber dann kann man das ganze Spiel mal durchspielen und wirklich schön sehen, okay, das sind so die einzelnen Dinge, und vor allem, was man unterscheiden kann, ist, wenn also alle Geräte aus allen Steckdosen draußen sind, sieht man auch, was sind die fix installierten Geräte, nämlich so zum Beispiel IoT, Shelly Devices oder andere Smart Lights, oder keine Ahnung, was ihr so zu Hause habt. Das ist dann natürlich auch alles mit erfasst. So, ich habe mir dann mal, also hier so, meinen Sicherungskasten bin ich mal so durchgegangen, oder, und habe die Gelegenheit auch mal genutzt, rauszuschreiben, was sind das eigentlich für Sicherungen, was ist eigentlich die Beschriftung, und habe auch festgestellt, so, ah, hier ist irgendwie die Nummer 3, die gibt es irgendwie zweimal, aber da ist, glaube ich, irgendwie einfach noch ein Neutralleiter geteilt, oder, auch keine Ahnung, ich bin kein Elektriker. Ja, genau, also das, aber ja, wie auch immer. Jedenfalls, da kann man es dann also schön sehen, oder, da kann man also, wenn man also alles ausschaltet und dann nur diese Sicherung jeweils wieder einschaltet, sieht man also, der Backofen braucht 3 Watt, einfach so im Standby, und dann gibt es hier zum Beispiel 15 Watt für fix verbauten Spaß und nochmal 5 Watt für auch fix verbauten Spaß auf der anderen Phase, und dann ist mir da auch aufgefallen, so, ah ja, voll spannend, die sind ja auch irgendwie an verschiedenen Phasen angeschlossen. Also, die Phasen, die man vom Strommessgerät dann bekommt, in meinem Fall, wie gesagt, 2, aber meistens eigentlich 3, die Sicherungen, die man hat, die teilen sich auch diese Phasen auf. Das heißt, was ich vorhin gezeigt habe, der Graph, dass ich quasi einfach die Summe aller Phasen genommen habe, da verliert man eigentlich Informationen. Und die Informationen sind teilweise auch noch wichtig, und das zeige ich dann auch gleich noch genau. Und dann ist natürlich die Folgefrage, was ist mit den nicht fixen Geräten? Wie misst man die eigentlich am besten durch? Was man natürlich machen kann, ist, die einzelnen Geräte einschalten und mit dem Energie-Messgerät messen, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber sobald man also mehr als nur, sagen wir, 2, 3, 4 große Geräte hat, dann summiert sich das halt auf, und dann wird es immer schwieriger, auseinanderzuhalten, welcher Verbrauch ist jetzt eigentlich von welchem Gerät. Und so habe ich also für mich beschlossen, die bessere Variante ist, diese Smartplugs zu verwenden. Und man braucht nicht einfach irgendwelche Smartplugs, sondern es gibt manche, die können die Energie messen, und andere, die können es halt nicht. Ich hatte jetzt blöderweise welche gekauft, die günstig waren, und einen Schweizer Stecker hatten, was immer quasi das K.O.-Kriterium ist, der Schweizer Stecker. Und die konnten es leider nicht, deswegen habe ich mir jetzt also mal noch ein neues geholt, das auf der linken Seite hier ist, das sogenannte Maistrom, hier abgebildet in der deutschen Variante, aber das sieht quasi genauso aus für die Schweizer Variante. Und dann habe ich hier noch von Homematic so ein bisschen ein klobigeres Gerät. Das kann das Gleiche, es ist also eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber sie unterscheiden sich auch so ein bisschen, die Messgeräte in der Präzision, die sie haben. Also wenn man wirklich zum Beispiel so sagt, hey, ich habe jetzt hier 20 verschiedene Mikrocontroller, und ich möchte den Stromverbrauch genau wissen auf den 0,2 Watt-Ebenen oder so, dann sind die vielleicht nicht genau genug. Aber für so größere Sachen, wo man so wissen will, ach, sind es jetzt 10 Watt oder 20 oder 70, ist es super. So, und dann kann man also Folgendes machen. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite nochmal den Graph, den wir vorhin schon gesehen haben, und auf der rechten Seite den Breakdown. Zoomen wir mal rein auf die rechte Seite, aber wie gesagt, das ist der Gleiche, aber jetzt ist er halt viel besser aufgeschlossen. Also hier sieht man jetzt den grünen Bereich ganz unten, da habe ich den MyStrom Smart Plug verwendet, und habe einfach mal meinen Router-Server und so daran angeschlossen, und man sieht jetzt, okay, der verbraucht so 60 bis 70 Watt. Dann habe ich das Homematic-Messgerät benutzt, weil ich habe mir noch mehr MyStrom bestellt, aber die sind noch nicht da, also habe ich einfach mal alle Messgeräte, die ich irgendwie habe, zusammengeschaltet. Und das ist jetzt also Netzwerk und WLAN und noch so ein bisschen anderes Zeug. Das verbraucht ca. 25 Watt. Und dann habe ich die beiden Phasen, aber diesmal getrennt voneinander. Und hier sieht man jetzt also, okay, die Phase 0, das ist die, an der sozusagen die rechte Seite meiner Wohnung hängt, mit allem Elektronikzeug. Und die Phase 1 ist die linke Seite meiner Wohnung, wo also Küche, Bad und diese ganzen Appliances wie Kühlschränke dran sind. Und hier sieht man jetzt also wirklich schön, dieser Spike, den wir vorhin schon besprochen hatten mit dem Kühlschrank, der ist also wirklich nur auf der einen Phase sichtbar. Und das heißt, man kriegt ein viel genaueres Reading von dem kompletten Breakdown, wenn man die andere Phase also separat anschaut. Das war also einer der Aha-Momente. Wenn ihr euch also selber irgendwelche Graphen baut, dann schlüsselt es doch mal nach den Phasen auf. Okay, also wir können jetzt messen. Und was machen wir jetzt mit den Messergebnissen? Im Wesentlichen gibt es drei Strategien. Entweder wir reduzieren den Stromverbrauch oder wir schalten das Gerät ganz ab. Und wo man es nicht ganz abschalten kann, können wir es immerhin noch in den Standby schalten. Also sagen wir Suspend to RAM für eure PCs oder keine Ahnung, wenn der Fernseher aus ist, dann hat der ja auch vorgeschrieben, nur ein bestimmtes maximal 1 Watt oder was es ist. Und so kann man dann also Sachen schön auf niedrigen Verbrauch haben. Und die Priorität von diesen drei Ansätzen sollte man natürlich nach dem höchsten Multiplikator richten. Was meine ich damit? Grundverbrauch hat also einen 24-Stunden-Multiplikator. Zum Beispiel, wenn man einen Arbeits-PC zu Hause hat und zu Hause arbeitet, hat man üblicherweise circa einen 8er-Multiplikator oder so. Und so kann man es sich also schauen und priorisieren. Okay, ein interessantes Ding, was ich gelernt habe, ist, die GPU, die ich verwende, stellt sich raus, wenn man sie mit Windows betreibt, dann läuft sie aus irgendwelchen Gründen viel stromeffizienter, nämlich nur mit 22 Watt, als wenn man sie mit Linux betreibt. Und das Problem ist spezifisch für den fetten Monitor, den ich da angeschlossen habe, weil mit diesem Monitor hat der Grafikkartentreiber unter Linux falsch berechnet, wie viel Memory, Bandwidth und Clock mindestens nötig sind und sich dann entschlossen, nur in den hohen Stromsparmodus zu gehen, also in dem halt wenig Strom gespart wird und nicht quasi maximal runterzutakten. Das war tatsächlich also ein Problem in dem Treiber. Ich habe es dann auch reportet und die haben mir dann auch einen Fix geschickt, also wirklich einen Patch und haben gemeint, hier probier mal das aus. Habe ich ausprobiert, ging. Ziemlich nice. Und es stellt sich aber in dem Rahmen auch raus, dass wenn man hier vergleicht, die Nvidia 3000er-Generation im Vergleich zu der 2000er-Generation, dann sieht man hier auch einen krassen Unterschied, oder? Also selbst unter Windows mit funktionierendem Treiber verbraucht die einfach mal fast 60 Watt, wo eine neuere Grafikkartengeneration nur 22 Watt verbraucht. Und das ist also wirklich im Eidl und ist eigentlich nur zu Schulden der moderneren Architektur und Fertigung von der neueren Grafikkartentrevision. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie ältere, ich meine, das sind jetzt recht aktuelle, die 4000er ist gerade dabei, released zu werden. Das heißt, das ist eigentlich die aktuelle und die vorhergehende Generation. Und wenn ihr zu Hause noch irgendwelche, keine Ahnung, Nvidia 1000er- oder 900er-Serien drumliegen habt oder so und die einfach die ganze Zeit betreibt, solltet ihr euch vielleicht überlegen, zu upgraden. Nicht wegen der Performance, einfach weil sie energieeffizienter sind. Oder einen anderen Monitor besorgen. Ja, ich meine gut, man kann natürlich auch immer extremer werden, oder? Man kann auch einfach gar keine Computer mehr verwenden. Und dann hat man das Problem auch gelöst. Das sind ja relativ große Grafikkarten. Sind die kleine Grafikkarten sparsam? Oder liegt das wirklich hauptsächlich am Fertigungsprozess? Es liegt wirklich hauptsächlich am Fertigungsprozess. Ich meine, das sind jeweils die Einsteigermodelle gewesen von diesen Grafikkarten. Das ist 30-60er. 70er? Ne, das ist keine 70er. Das ist eine 60er. 20-70er. Ja, das war eine größere, ja. Aber ich glaube, die Peak-Performance ist gar nicht so wichtig tatsächlich von den Grafikkarten. Ich glaube, es geht wirklich um die Fertigung. Die kleinen Lüssen hast du schon. Ja, wie auch immer. Also, ich will es auch mal noch vergleichen mit der Intel-Grafikkarte, die jetzt neu rausgekommen ist. Aber ich habe den Stromverbrauch von der Intel-Karte noch nicht gemessen. Die funktioniert halt auch noch nicht so gut unter Linux tatsächlich. Naja, wie auch immer. Also, das ist dann der passende Graph von dem NVIDIA-Grafikkarten-Stromverbrauch. Den kann man tatsächlich auslesen im Userspace. Also, da gibt es auch wieder so einen Prometheus-Adapter dafür. Und dann kann man sich den eigenen Stromverbrauch der Grafikkarte plotten. Der erste Sprung hier ist zwischen dem proprietären Treiber bis ich auf den Open-Source-Treiber gewechselt habe. Wer es noch nicht mitbekommen hat, NVIDIA ist gerade dabei, Open-Source-Treiber zu releasen. Ist auch wieder so ein hell-freezes-over-Moment. Und dann habe ich hier der zweite Sprung. Das ist, wo ich also den Patch für den Open-Source-Treiber angewandt habe. Und dann sieht man, okay, die Sprünge, die hier hoch sind, das ist tatsächlich in Nutzung. Aber im Idle ist er also wirklich jetzt auf die 20 Watt runter. Also er hat quasi den Stromverbrauch halbiert. Ne, ist glaube ich fast ebenbürtig. Also Windows ist bei 22 Watt auch hier. Ja. Genau, okay. Dann abschalten. Abschalten ist eigentlich relativ klar, oder? Ich meine, der Clou ist eigentlich, ihr holt euch mehrfach Steckdosen mit manuellem Schalter und schaltet sie einfach immer ab. In manchen Sachen ist es sinnvoll und kein großer Komfortverlust. In anderen Sachen ist es quasi nicht möglich. Wo ich es sinnvoll gefunden habe, ist, wenn man zum Beispiel so einen TV-Tisch oder Wägelchen oder was auch immer hat und dort hängt ohnehin der Chromecast, der Firestick, die Konsole, zweite Konsole, Ladegeräte und so weiter, alles an der gleichen Steckdose, dann die halt einfach nachts abschalten, wenn man sie nicht braucht. Anderes Beispiel, Raspberry Pi Setup mit Peripherie, zum Beispiel Scanner und User Interface und so was. Am besten halt alles so verkabeln, dass ihr sie einzeln nach Funktion geordnet abschalten könnt. Dann macht man es vielleicht auch eher. Ich kann aber total verstehen, dass nicht alle Leute ihre Geräte abschalten wollen. Das ist ja auch ein bisschen nervig. Es gibt daher auch eine coole Möglichkeit, mit Smartplugs umzusetzen. Man kann also diese Smartplugs auch so einstellen, dass sie den Stromverbrauch messen und wenn sich der Stromverbrauch senkt und dann unter einem gewissen Schwellwert liegt für genug lange, dann schalten die automatisch ab. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, sagen wir am Abend komme ich heim, schalte meinen Fernseher ein, indem ich den Smartplug einschalte oder indem der Smartplug sich automatisch einschaltet, weil er kennt, dass mein Handy jetzt wieder zu Hause ist oder so was. Und dann, wenn ich den Fernseher ausschalte, dann geht er automatisch komplett aus. Und also nicht nur Standby, sondern wirklich komplett aus. Und Standby läppert sich auch. Die Geräte sind gesetzlich spezifiziert auf weniger als ein Watt, aber angenommen, ihr habt jetzt so sieben Geräte an der Steckdose, es kommt halt was zusammen. Dann die andere Möglichkeit ist, wenn ihr was habt, was eigentlich wirklich gar nicht immer laufen muss, sondern nur on demand, dann könnt ihr das natürlich auch hinter einem Smartplug hängen. Ich habe bei mir bemerkt, für das Go Crazy Projekt habe ich so ein Continuous Integration Setup, wo also am Anfang war da nur einfach ein Raspberry Pi 3 dran, dann kam der 3B Plus hinzu, dann der Pi 4, dann noch ein PC Engines Board und ein Wi-Fi Router, als wir Wi-Fi Support hinzugefügt haben. Und auf einmal hat man auch einige Geräte, die halt einfach die ganze Zeit laufen, obwohl sie eigentlich nur für Continuous Integration gebraucht werden. Und ein schönes Pattern, was man hier verwenden kann, dass man nicht quasi Strom einschalten und abschalten, so als harte Übergänge hat und dann Schwierigkeiten hat, wenn man zum Beispiel was debuggen will oder so, ist, wenn man quasi das Pattern so umsetzt, dass man sagt, mein Anwendungsfall kann sagen, ich möchte jetzt die Geräte benutzen, das wäre quasi der Use Trigger und wenn er fertig ist, dann macht er einen Release, also sagt, ich bin jetzt fertig damit und dann schaltet man noch nicht direkt ab, sondern dann wartet man einfach 10 Minuten, checkt dann, gibt es noch andere Nutzer und wenn nein, dann abschalten und wenn ja, dann bleibt es halt einfach weiter an. Also einfach so mit so einer 10 Minuten Dingsinnen raus. Dann habe ich festgestellt, es gibt auch subtile Unterschiede zwischen Standby, so wie es der Hersteller gesetzlich also vorschreibt und was so einen Monitor macht, wenn er einfach kein Signal hat. Stellt sich heraus, manche Monitore gehen dann in den Standby komplett und verbrauchen einfach wirklich weniger als 1 Watt. Andere finden so, naja, da könnte ja gleich ein Signal kommen, ich muss zumindest noch 30 Watt weiter verbrauchen. Und das war also eine ziemliche Überraschung für mich, weil ich vorher immer dachte so, klar, ich mache einfach meinen Computer in Suspend und Display geht dann aus, aber er geht gar nicht richtig aus. Man muss ihn wirklich komplett ausschalten, bis er so aus ist, dass er nicht noch 30 Watt weiter verbrennt sinnlos. Und das lohnt sich also doch nochmal zu prüfen bei den Geräten, wo ihr denkt so, ja, ja, die sind sicher im Standby, aber lieber nochmal messen. So, dann ein anderes Hindernis war für mich, dass das ganze Monitor ein- und ausschalten ist alles ein bisschen kompliziert. Und gerade wenn man also jeden Abend ein bestimmtes Ritual machen muss und jeden Morgen wieder quasi das Komplementär-Ritual, um alles quasi genau richtig auszuschalten und genau richtig wieder einzuschalten und so, dann ist das ein bisschen nervig und dann macht man es vielleicht nicht oder zumindest nicht diszipliniert oder ärgert sich dann. Was für mich dann geholfen hat, ist einfach das ganze Ding zu automatisieren. Also den Monitor nicht manuell auszuschalten am Knöpfchen, sondern natürlich auch wieder an den Smart Plug. Ihr erkennt hier so einen WM, alles einfach an den Smart Plug, kauft mehr Smart Plugs. Und dann quasi den Workstation Suspend automatisieren. Ich benutze in meinem Fall RTC Wake dafür. Für diejenigen, die es nicht kennen, RTC Wake legt den Rechner schlafen und weckt ihn dann zu einer spezifizierten Uhrzeit wieder auf. Ich benutze das deswegen, weil ich eine ganze Weile quasi diesen Denkfehler oder dieses Denkmuster gehabt hatte, dass ich dachte so, ja, aber ich kann meinen Rechner gar nicht wirklich suspenden, weil ich habe ja ganz viele Cronjobs, die einfach jeden Tag laufen müssen. Und wenn mein Rechner einfach irgendwie suspended ist, dann laufen die gegebenenfalls nicht. Und das ist furchtbar schwierig, alles aufzuräumen und umzustellen. Ich habe keine Lust und so weiter und so weiter. Aber was mir dann aufgefallen ist, ich könnte ihn schon suspenden, solange er einfach früh genug wieder aufwacht, bevor das alle Cronjobs laufen müssen. Und dann so geht es also. Das heißt, ich habe jetzt einfach so ein Skript oder Programm, welches einfach RTC Wake aufruft und dann den Monitor über Smart Plug ausschaltet. Und da ist so ein kleiner Catch-22. Wie kann ich zuerst suspenden und dann ausschalten? Weil wenn ich suspende, dann läuft mein Code ja nicht mehr. Und die Lösung dafür ist, dass man den Smart Plug auch sagen kann, warte 15 Sekunden und schalte ich dann aus. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Machine, die sich selbst ausschaltet. Weil im Wesentlichen sagt man der Smart Plug dann so, Monitor geht dann gleich aus und ich suspende mich derweil. Und dann geht die Smart Plug auch aus. Ist auch lustig, so ein bisschen zuzuschauen und zuzuhören. Also kann man auch Spaß dabei haben. Genau, und dann am Ende passiert quasi das gegenteilige Spiel. Also der Computer wacht wieder auf und das Skript läuft dann weiter. Und dann sagt er also der Smart Plug jetzt bitte wieder angehen und konfiguriert dann den Monitor. Und dann ist auch wirklich immer alles in Ordnung. Was ist eigentlich mit diesen guten alten Master-Slave-Steckdosen-Leisten? Inwiefern? Also ich habe es seit 20 Jahren aus den Steckdosen-Leisten. Da habe ich jetzt einen Anschluss, der nennt sich halt Master-Slave-Steckdosen-Leisten. Ja. Da kannst du an einem Dreh, also ein Protik kannst du einstellen, also ein Protikant zu verbraucht. Wenn der Unterhalt von der Höhe zu brauchen, dann gehen alle anderen da wieder raus. Ja. Genau, also ich wiederhole es nochmal für die Aufzeichnung. Es gibt so Steckdosen, dort hat man quasi einen Hauptanschluss und ganz viele Untergeordnete. Und sobald der Hauptanschluss keinen Strom mehr zieht, gehen auch alle anderen aus. Das ist natürlich ein super Feature, gerade für PC-Setups mit Peripherie. Könnte man hier sicher auch verwenden. Geht auch ein bisschen in die Richtung von dem Smart Plug-Prinzip, was ich vorhin erwähnt hatte, wo er halt auch einfach auf den Verbrauch schaut und dann entsprechend was regelt. Ja, ist sicher eine super Low-Tag-Lösung und wenn man so eine Steckdose finden kann, dann auf jeden Fall benutzen. Früher gab es die überall. Ja. In dem Baumarkt oder im Alli auf dem Zug. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt sowas gut oder rechtzeitig haben. Das Problem war, dass die nach einer Weile kaputt sind. Okay. Bei den Smart Parks weiß ich auch nicht, wie lange es hält. Ja, weiß man natürlich nie, wie lange das hält. Da kann ich dir vielleicht noch mal umhauen. Okay. Gut. Das andere Ding, abgesehen von Realtime-Clock-basiertem Wake-Up, ist natürlich das Wake-On-Lan. Das haben sicherlich ein paar von euch schon gehört von. Im Wesentlichen benutze ich das, um alle Computer, die ich sichern möchte, aufzuwecken und dann auch wieder schlafen zu legen. Wie kann man Wake-On-Lan benutzen? Es braucht zwei Schritte dazu. Schritt Nummer eins ist, man muss das Feature aktivieren im BIOS- oder UEFI-Setup. Und Schritt Nummer zwei ist, man muss das Feature dann auch im Betriebssystem aktivieren, also nach dem Starten. Und der Linux funktioniert das mit eth-tool-wol-g. Das ist ein supergriffiger Befehl. Ich habe hier einen Link draufgepackt für einen System-D-Service-File, der das dann automatisch aktiviert beim Shutdown. Und dann die andere Seite von der Gleichung ist quasi das Magic-Packet zu schicken, das sogenannte. Und das Magic-Packet weckt einfach den Rechner auf. Das kann man mit dem WOL-Tool machen. Ich habe das Ganze dann nochmal einen Schritt weiter automatisiert. Ich habe einen Wake-Befehl. Und der schickt also das WOL-Packet, aber nur dann, wenn der Rechner nicht antwortet auf SSH-Logins. Und dann wartet der Befehl auch noch, bis der Rechner tatsächlich hochgefahren ist und über SSH erreichbar ist, sodass also, wenn der Befehl dann quasi zurückkehrt, kann man sich auch direkt einloggen. Was dann bedeutet, dass man das in SSH als Proxy-Command einstellen kann. Und dann kann man also quasi mit einem Befehl aufwecken, warten und sich einloggen, was normalerweise immer das ist, was super nervig ist. Oder wenn man quasi Wake-on-Lan schickt und dann muss man warten oder wiederkommen oder auf den Ping-Output schauen oder so. Das hat mich immer gestört. Deswegen habe ich das jetzt auch automatisiert. Warum braucht es denn zwei Schritte? Um den Hand zu sagen, Tja, das Problem ist, glaube ich, dass Schritt Nummer 1 im BIOS, das ist halt ein notwendiger Schritt zum das, keine Ahnung, was der da eigentlich genau macht. Ich meine, die 5-Volt-Standby-Spannung ist generell immer verfügbar, egal, was du im BIOS eingestellt hast. Aber vielleicht muss die Netzwerkkarte noch gesagt bekommen, dass sie da jetzt bitte in dem PCI-Modus sein soll, der halt nicht maximal aus ist, sondern noch minimal eingeschaltet genug, um das Paket überhaupt zu empfangen. Aber wieso das nicht impliziert, dass man das Feature dann auch benutzen möchte und wieso, dass man den zweiten Schritt braucht, ist mir auch ein Rätsel. Also ja, ich finde es auch ein bisschen blöd, vor allem, weil es natürlich auch bedeutet, dass wenn man einen Stromausfall hat oder wenn man zum Beispiel einen Smart Plug benutzt oder so, dann bedeutet das, wenn also der Strom weg ist und wieder kommt, kann man den Rechner unter Umständen noch nicht aufwecken, weil es wurde ja im Betriebssystem noch nicht aktiviert, in diesem Boot-Vorgang. Das heißt, ich musste zum Beispiel bei meinem alten Network Storage immer erst einmal einschalten, bevor ich ihn dann automatisch stoppen und wieder aufwecken konnte. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, das zweite ist in Molatile Memory gespeichert? Ja. Und nun nicht auf der Karte selber? Ja, davon gehe ich aus, ja. Genau. Ja, ein bisschen ärgerlich und tatsächlich gibt es noch ein viel gravierenderes Problem, denn manche Netzwerkkarten können das Feature auch einfach nicht, wie zum Beispiel die Netzwerkkarte, die in einem meiner Network Storages ist. Und deswegen habe ich ein kleines Projekt gebaut, wo ich also einen ESP32-Mikrocontroller einfach an den Powerbutton angeschlossen habe, auf dem Mainboard. Und man sieht es hier jetzt nicht so super gut, vielleicht erkennt man es ein bisschen, da ist so eine Schraube im Gehäuse, das sind einfach die normalen Gehäuseschrauben. Das heißt, ich habe hier einfach so einen Prototyping-Breadboard ins Gehäuse reingeschraubt, Mikrocontroller drauf, zwei Pins, einen Transistor und los geht's. Das ist wirklich ein schön einfaches Setup und damit kann man also wirklich jedes Gerät aufwachfähig machen, egal, ob Wake Online geht, im BIOS geht, mit der Netzwerkkarte geht, aktiviert ist und so weiter und so weiter. Also das ist quasi die Holzhammer-Lösung für alles, wo es nicht anders geht. Was denn eigentlich mit der Intel-Management-Engine kann das aber auch? Die Intel-Management-Engine? Ah, ich weiß gar nicht, dass sie das kann. Ich weiß, dass das geht für Enterprise-Setups. Ah. So genannte ANT-Kosten, steht keine Ahnung. Advanced-Management-Technology. Ja, genau. Und für Workstations, die haben normalerweise Intel-AMT. Ja. Die haben dann eine Netzwerk-Buchse, die ist mit AMT gerettet. Das aktiviert man und kann dann mit diesem Rechner reden, auch wenn der Hauptrechner raus ist. Ja, ja. Das gibt es im Server natürlich auch ganz häufig nochmal als separate IPMI-Funktionalität oder BMC, Base Management Controller. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, eine zusätzliche PCI-Karte reinzustecken und so. Aber der Nachteil an der Lösung, sowohl mit dem Intel-Management-Engine-AMT als auch mit allen anderen Möglichkeiten ist, die erfordert natürlich, dass man da so ein Netzwerkkabel reinsteckt. Und in diesem konkreten Fall ist das Problem, dass die Netzwerkkarte ist eine Glasfaser-Netzwerkkarte und da geht nur eine 10 Gigabit-Faser zu dem Rechner und gar kein RJ45-Ethernet-Kabel. Und das schließt natürlich viele Möglichkeiten aus. Und die Netzwerkkarte kann halt leider kein Wacom lagen. Sonst hätte ich auch einfach gesagt, okay, steckst du halt noch eine Netzwerkkabel rein, nur für den Anwendungsfall des Wake-Up. Aber das geht halt einfach in dem Setup nicht. Wir haben das halt mit dem Raspberry Pi gebaut. Und dann haben wir das mit dem Raspberry-Pi-Satz und der Access-Point. Ah, ja. Mit einem Raspberry kann man es natürlich auch alles bauen. Gut. So, und dann möchte ich euch noch ein paar grobe Richtwerte mitgeben, nachdem ich jetzt also alles da so ausgemessen habe. Monitor, zumindest so die abgefahrenen, gibt es sicher auch welche mit weniger Stromverbrauch. Oder auch TV-Bildschirme, so ein aktueller OLED-Bildschirm, verbraucht so circa 50 Watt im Betrieb. Dann PCs, circa 70 Watt. Gibt es bestimmt auch irgendwie untere Grenzen, vielleicht sagen wir 50 Watt oder so. Tatsächlich, das Network-Storage-Ding, was ich da habe, ist 20 Watt. Aber das ist so ein Wert aus der Vergangenheit. Den erreicht man heutzutage nicht mehr mit modernen Prozessoren und vor allem den modernen Netzteilen. Denn offenbar ist wirklich die Netzteil-Ineffizienz bei der ganzen Konvertierung auf 5 Volt und 3,3 Volt zusätzlich zu den 12 Volt, die man eh braucht, einer der großen Verlustfaktoren. Und Intel hat da so einen Standard am Laufen, den sie gerade etablieren wollen. Der nennt sich ATX 12 Volt im Vergleich zu dem regulären ATX-Standard. Und mit den ATX 12 Volt-Netzteilen und Mainboards, davon gibt es im Moment, glaube ich, so drei und keins davon kann man kaufen. Also das wird noch Jahre dauern, bis das wirklich etabliert ist. Aber mit denen, wenn man sich die Testberichte anschaut, die verbrauchen circa die Hälfte von dem gleichwertigen Mainboard, was einfach ein ATX-Netzteil verwendet. Das heißt, in einem PC ist typischerweise der größte Stromverbrauch, wenn man nicht gerade eine Grafikkarte hat, die sich nicht mehr runtertakten will, ist der größte Stromverbrauch wirklich eigentlich das Netzteil. Warum ist es effizienter, wenn das Netzteil das nicht macht? Ja, das ist eine gute Frage. Offenbar ist es so, dass, also, um das zu erklären, man braucht in einem PC drei verschiedene Spannungen. Man braucht 12 Volt, immer, 5 Volt und 3,3 Volt für verschiedene andere Funktionen, Peripherie und so weiter, Standby-Spannung zum Beispiel auch. Und wenn man also einen ATX 12 Volt-Ding benutzt, dann bedeutet das eigentlich nur, dass die Stromumwandlung nicht mehr im Netzteil stattfindet, aber irgendwo muss sie immer noch stattfinden und jetzt findet sie also auf dem Mainboard statt. Und dann ist die berechtigte Frage, also wieso ist es denn effizienter, wenn man das auf dem Mainboard macht? Und mein Verständnis, ohne dass ich wirklich fundiert mich in das Thema eingelesen habe, ist, dass auf dem Netzteil, weil das für so hohe Wattlasten ausgelegt ist, die Konvertierung einfach prinzipbedingt irgendwie inhärent mit viel höheren Verlusten einhergeht. Und dass man das auf dem Mainboard aus irgendwelchen Gründen eben effizienter machen kann. Im Prinzip die Kurzversion ist, wenn du Netzer hast, brauchst du eine Stabilisierungsstromverbrauch, eine Mindestlast, damit die Spannung stabil bleibt. Und auf dem Motherboard weißt du, was dran ist, weil nicht irgendwie 50 Sachen angeschlossen werden würden. Und da weiß das halt, dass ich die Audio-Parte jetzt an der Spannungsversorgung hänge, dann kannst du die minimal dafür auslenken. Das war die Schöne vor eigentlich nicht, oder? Wenn du vor den ganzen Posten, da weißt du auch nicht maximal, das ist deutlich besser wie das Netzteil. Das Netzteil kann ja an beliebige Mainboards angeschlossen werden. Das ist, glaube ich, der Punkt, der fehlt. Genau. Und dafür können auch beliebige Laufherde sein. Okay. Also die Ergänzung war, dass dadurch, dass man bei dem Mainboard genauer weiß, was eigentlich genau angeschlossen ist oder angeschlossen werden kann, was man beim Netzteil nicht wissen kann, kann man es effizienter auslegen. Aber gut. Okay. Das waren jetzt also Monitor und PC. Und dann kann man also quasi mal ein paar Gänge zurückschalten und schaut sich an. So ein Raspberry Pi ist ja quasi so ein ganz kleiner Mini-PC. Der braucht in Version Pi 4 ca. 3 Watt, so im Mindestverbrauch und mit angeschlossener Peripherie und Last ca. 6 Watt. Dann kann man sich einen sparsameren Raspberry Pi raussuchen, zum Beispiel den Zero. Der verbraucht tatsächlich ein bisschen weniger als 1 Watt. Das ist ziemlich cool. Oder wenn man sagt, ich muss keine Linux-Programme laufen lassen, ich kann auch mit einem Mikrocontroller programmieren und den verwenden, dann kann man natürlich ganz runtergehen auf den ESP32 oder vergleichbare. Die brauchen weniger als 1 Watt. Und im Idle, wenn man die ganze Zeit WLAN benutzt, steigt es natürlich vielleicht ein bisschen. Okay, ja, das Fazit von dieser ganzen Übung ist, dass ich tatsächlich einfach durch Nachschauen und ein paar gezielte Änderungen machen, die meinen Komfort nicht einschränken, ein Viertel des täglichen Verbrauchs reduzieren konnte. Aber auch, interessanterweise, natürlich nicht nur den Stromverbrauch an sich, sondern auch sekundäre Effekte, wie zum Beispiel, dass sich das Wohnzimmer im Sommer so vorerst aufheizt, reduzieren konnte. Einfach indem halt weniger Strom verbrannt wird. Außerdem kann ich jetzt eine viel bessere Einschätzung machen von typischem Stromverbrauch. Ich hätte zum Beispiel vor der ganzen Übung nicht sagen können, dass ein typischer PC ziemlich genau bei 70 Watt landet, weil ich zum Beispiel davon ausgegangen wäre, so naja, wenn man so einen Laptop, wo man ja auch mal gelegentlich den Stromverbrauch optimiert, damit man längere Batterielaufzeit hat, der braucht ja so, keine Ahnung, im besten Fall 5 Watt, wenn es ganz modern ist, oder 10 Watt, oder sagen wir mal 20, aber so ein PC hat halt durch das fette Netzteil einfach nochmal eine ganz andere Größenordnung. Und das war mir zum Beispiel vorher nicht so ganz bewusst. Und das Takeaway, was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn ihr einfach Strom sparen wollt, um Geld zu sparen, dann müsst ihr den ganzen Aufwand natürlich nicht betreiben. Braucht ihr kein Energiemessgerät installieren, setzt einfach ein paar von den Tipps um. Einfach die Smartplugs und Steckdosen, fertig. Kann man blind umsetzen, spart man bestimmt auch ganz gut. Aber wenn ihr den Gamification-Aspekt davon haben wollt, dass ihr schöne Graphen habt, wo man jeden Tag so ein bisschen reinschauen kann, dann optimieren und anpassen und tweaken und messen, dann ist so ein Energiemessgerät ein super Spielzeug und damit könnt ihr viel basteln und Spaß haben. Ja, das war's.